Hi, hier euer Hossi von UrlaubsTV. In diesem Video werde ich euch die X-Lounge in einem Interview mit einer super netten Dame vorstellen. Alles weitere hier in meinem Video. Hier ist der Zugang zur X-Lounge. Mal schauen, was uns hier erwartet. Hier ist ein Hinweisschild für alle Gäste, die in die X-Lounge kommen. Also alle, die eine Suite oder eine Junior Suite gebucht haben, haben einen exklusiven Zugang. Was man alles in der X-Lounge machen kann, dazu werde ich gleich etwas erzählen. Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wo befinden wir uns hier? Wir befinden uns hier in der X-Lounge, ein exklusiver Bereich für unsere Suiten-Gäste. Das heißt, hier haben nur Junior-Suiten und Suiten, die großen Suiten, immer mehr Suiten-Zugang, die Gäste. Auf welchem Deck ist das hier? Wir sind hier auf Deck 14, ganz vorne. Wir haben einmal noch über uns auf Deck 15 ein extra Sonnendeck, auch für unsere Suiten-Gäste. Das heißt, Junior Suite, die Himmel- und Meer-Lounge. Genau, Kapitän-Suite und die Helene-Fischer-Suite natürlich auch. Also die haben hier unbegrenzten Zugang. Genau. Und was können die hier genau machen? Also es ist halt sehr ruhig, man merkt es hier, die Stimmung ist sehr entspannt. Was haben die hier für Vorteile, was können die hier machen? Genau, also bei uns haben wir alle Getränke inklusive. Das heißt, bei uns können die Gäste Champagner konsumieren, sozusagen. Wir haben sämtlich... Eine Sekunde, ich gucke mal kurz den Champagner, den habe ich nämlich gerade hier auch entdeckt. Können Sie da einmal kurz was zu erzählen? Ich habe das gerade hier gesehen. Das ist Pommerie in zwei Varianten und den gibt es hier den ganzen Tag oder wie ist das? Genau, den gibt es den ganzen Tag. Also man kann schon zum Frühstück gerne ein Gläschen Champagner bestellen. Ansonsten, wie gesagt, mit dem Frühstück geht es bei uns los morgens. Wir haben kleine verschiedene Häppchen, belegte Baguettes. Bei uns gibt es auch Eierspeisen und natürlich auch der Kaviar darf nicht fehlen. Danach, später zum Mittagessen, gibt es dann so kleine Sachen wie Sushi, ein bisschen gekrillten Thunfisch, einfach so kleine Snacks. Das zieht sich dann den ganzen Abend durch, dann bis 19 Uhr, bis wir geschlossen haben. Bis 19 Uhr geht das, ja. Okay, jetzt sehe ich hier gerade, hier gibt es eine, eine, die wir, eine Zeitung von der Süddeutschen, was liegt hier noch aus? Mal kurz gucken, ist die Welt, ups, ups, noch entdeckt. Und die, sind die aktuell, werden die jeden Tag hier gedruckt? Genau, die sind jeden Tag, tagesaktuell. Bekommen wir morgens immer von der Rezeption, die Kollegen drucken die uns aus. Und dann haben wir einfach die Möglichkeit für unsere Gäste, dass sie hier in der X-Losch auch morgens zum Frühstück oder nachmittags einfach mal die Zeitung lesen können. Dürfen die denn mit aufs Zimmer genommen werden, oder? Nein, leider nicht. Also die dürfen einfach nur bei uns in der X-Losch bleiben. Und dann später vielleicht mitgenommen werden? Ab 17 Uhr dürfen sie dann gerne mitgenommen werden, wenn man dann auf den Abend noch gerne auf der Kabine Zeitung lesen möchte. Und dann habe ich noch irgendwie gehört, dass das Internet hier inklusive ist, wenn man Kabine gebucht hat. Und Suiten-Gäste haben inklusives Internet, das heißt, sie können es auch auf dem kompletten Schiff nutzen, haben einen freien Zugang. Ansonsten haben auch unsere Suiten-Gäste noch eine Minibar auf der Kabine, die natürlich auch schon inkludiert ist. Ja, das wäre es dann auch. Ich filme noch einmal kurz hier den Bereich, wie das hier aussieht. Also sehr gemütlich, sehr ansprechend. Und man ist hier direkt über der Brücke, die ist direkt hier drunter. Das heißt, kann man die hier auch sehen, wenn man da draußen ist? Nein, da die Brücke direkt unter uns, da sieht man höchstens die Flügel nach rechts und links aus. Ja, wird das denn hier gut genutzt? Ja, sehr gut. Also gerade ist es ein schöner Rückzugsort, weil es einfach teilweise nicht so viel los ist. Man kann einfach ruhig entspannen und genießen. Schön. Ja, dann sage ich einmal vielen, vielen Dank für die Information. Sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Hi, hier nochmal Hossi von Urlaubs-TV. Ich hoffe, euch hat mein Interview mit der netten Dame zur X-Lounge gefallen. Im nächsten Video werde ich euch die Spa-Suite auf der Mindshift 3 vorstellen, wenn ihr mal ein paar Tage oder ein paar Stunden entspannen und relaxen wollt. Und was man da so machen kann, das ist wirklich ein absolutes Highlight. Alle Infos in meinem nächsten Video. Hat euch mein Video gefallen, dann sagt mir dazu eure Meinung oder zeigt es mir mit einem Daumen. Bis später, euer Urlaubs-Hossi.